Ice, Tonic Water, nach Geschmack noch eine Limette und natürlich Gin. Mehr gehört nicht in einen Gin Tonic nach britischem Vorbild. Seinen Ursprung soll er schließlich in England haben, um die Seefahrer damals vor Malaria zu schützen. Heute hingegen liegt der Fokus des Longdrinks nicht mehr ganz auf der Seefahrt. Das Geheimnis eines guten Gins ist, meiner Meinung nach, ein ausgewogener Geschmack. Bei unserem Gin nutzen wir zehn verschiedene Pflanzenextrakte, hauptsächlich natürlich Wacholderbeeren. Die übrigen neun Zutaten sorgen für einen ausgewogenen Geschmack neben den Wacholderbeeren. Wir versuchen damit, einen Gin zu produzieren, so wie er vor 200 Jahren in London produziert wurde. Fast noch ein Geheimtipp und nicht ganz so hochprozentig sind die Weine aus Kroatien. So wie dieser Grassevina oder auch Welschriesling, der nicht nur mit seiner gelb-grünen Färbung, sondern auch im Geschmack an Äpfel erinnern soll. Typisch für diesen Wein ist, dass es ein leichter, trockener Wein ist. Und dieser Wein ist sehr gut für den Sommer. Ob nun Spirituose oder feiner Rebensaft, so unterschiedlich wie die Geschmäcker, sind auch die Orte, an denen Weine gekauft werden. An der Spitze liegen die Discounter und Supermärkte, die zusammen in Deutschland einen Anteil von 74 Prozent verkaufen. So das Deutsche Weininstitut. Für die Veranstalter der ProWein aber kein Grund zur Sorge. Die Besucher der ProWein ist ja nicht nur der Handel, der sehr wichtig ist, sondern es sind auch die Gastronomen, die Hoteliers, die Sommeliers. Und die schauen natürlich schon nach sehr hochwertigem Wein, sehr speziellen Produkten, die auch nicht in Masse hergestellt werden, sondern oft auch in einer sehr limitierten Form hier zu finden sind. Massenwein oder Rarität testen konnten die rund 48.000 Fachbesucher der ProWein beides und bescherten der Messe im Jubiläumsjahr sozusagen als Geschenk einen Besucherzuwachs von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr.